Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen und ein frohes neues Jahr an jeden Einzelnen von euch und an jeden Einzelnen, der sich, so wie man das jedes Jahr macht, ganz viele Vorsätze für das neue Jahr gemacht hat. Gesünder essen, mehr Sport, weniger faul sein, ein Buch lesen, Fitness überhaupt anfangen. Und ich wette, und das ist einfach nur, um euch zu triggern und mich ein bisschen mit, die Hälfte von uns hat, wenn sie sich Vorsätze vorgenommen hat, alle schon über den Haufen geworfen oder zumindest einige davon. Und damit wir mit einem kleinen Spielchen anfangen, eigentlich mache ich mir nichts aus Neujahrsvorsätzen, weil ich der Meinung bin, wenn man etwas unbedingt machen möchte, egal was es ist, dann hat man viel mehr Energie, das umzusetzen, wenn man es halt einfach macht. Und dann braucht man ja im Prinzip nicht so einen festen Tag dafür. Aber schreibt mal in die Kommentare und ratet, welchen einen Vorsatz ich dieses Jahr mir genommen habe. Und glaubt mir, es ist nicht sowas wie mehr Sport oder so, weil, seien wir ehrlich, dieser Körper hier in diesem Anzug, der braucht keinen Sport. Der ist doch schon geil. Okay, tut mir leid, man kann das neue Jahr doch einfach mal mit ein bisschen Humor anfangen. Schön, dass ihr wieder da seid, Leute. Ich hoffe, ihr habt die Feiertheile gut überstanden und seid bereit für ein neues Jahr. Mein Recap für letztes Jahr, so private Sicht und berufliche Sicht, also beruflich lief halt sehr, sehr gut und richtig stressig. Privat war ein komplettes Auf und Ab wie eine Achterbahn im Prinzip, also zwischen Himmel hoch jauzend, alles geil zu, es geht komplett den Bach runter zu, es ist wieder richtig gut, es geht den Bach runter. Und irgendwann wusste man ja gar nicht mehr, wo man ist. Und YouTube und Twitch-Sicht war okay. Dadurch, dass ich nicht die Ambition habe, hier mit Social Media irgendwann der nächste große, keine Ahnung, Papaplatte zu werden, kann man zufrieden sein mit dem, was man hat. Und das bin ich tatsächlich. Wir haben ein neues Video heute. Ihr habt es ja gesehen am Anfang. Bobby Kotick ist endlich weg. Und allein dafür, und ich habe hier ein Stream-Deck und passt mal auf, ich habe hier was für euch. Ist das nicht geil? Ich könnte es auch mit einem Cut jetzt machen, denn ihr hättet ihr gar nicht gesehen, der ich draufgedrückt habe. Aber ich lasse es so drin. Bobby Kotick ist weg und selbstverständlich, eigentlich habe ich gar nicht überlegt, da ein großes Video drüber zu machen, weil wir haben es alle mitbekommen, er haut ab, Gott sei Dank. Er hat irgendwie durch die Aktien, die er sich anstatt Gehaltserhöhungen gesichert hat von Activision und Blizzard und so irgendwie jetzt ein Netto-Worth von 800 Millionen Dollar oder so. Dieser dreckige, blöde, hat auf jeden Fall ausgesorgt. Aber es gibt einige Entwickler, die jetzt, wo er nicht mehr in Charge ist, also nicht mehr in Verantwortung, offen und öffentlich sprechen. Und wir wissen, dass er einer der Hauptprotagonisten in dem Selbstmord von einer Mitarbeiterin bei den Activision Studios, da sind ja viele Studios, kleinere Studios mit drin, war, weil er davon wusste, dass sie gemobbt wurde. Dass heimlich Aufnahmen von ihr auf Toilette gemacht worden sind und die sind dann auf einer, von einer dieser Gruppen, auf der Weihnachtsfeier sind diese Aufnahmen von ihr auf Toilette einfach von einem der Kollegen veröffentlicht worden. Und das Ganze hat sie so beschämt und ging so weit, dass sie psychisch da so sehr darunter gelitten hat, dass sie sich kurz Zeit später das Leben genommen hat tatsächlich. Und dieser ganze Prozess geht jetzt schon seit knapp eineinhalb Jahren in den USA und Bobby Kotick ist da mit drin. Und diverse Schreiben von verschiedensten Mitarbeitern haben, auch ehemalige und noch immer Mitarbeiter, haben belegt, dass er von Anfang an Bescheid wusste und zusammen mit dem einen oder anderen, wo der Kopf schon gerollt ist, das Ganze so ein bisschen unter Verschluss gehalten hat. Also kein Skandal hier, sowas gibt es hier nicht, wir klären das schon. Und einige Mitarbeiter sprechen jetzt offen drüber, dafür gibt es wieder verschiedene News, Zeitungen, Quellen und ich habe die von Gamestar einmal ausgepackt, weil die mit solchen Sachen immer ganz gut dabei sind. Bevor ich euch das aber jetzt einmal gleich mit dem weißen Hintergrund, für die sich wieder Beschwerden zeige, ich habe eine tolle Ankündigung und da freue ich mich so sehr drüber, dass ich euch das präsentieren darf. Ich habe euch schon ein bisschen darüber geteased und ich bin, und jeder, der mich kennt, wird mir das relativ zügig glauben, ich bin heilfroh, dass ich euch nach einem Jahr endlich wieder einen neuen Partner vorstellen kann, der euch und mich mit Custom-Controllern versorgt. Und die Suche danach war anstrengend. Ich wollte als Creator, der auf sich selber einfach sehr viel hält, nicht irgendwo eine Nummer von Hunderten oder Tausenden sein. Und ich wollte jemanden haben, der weiß, wie man Handmade-Controller macht, weil hier zum Beispiel mein erster, den ich zum Testen bekommen habe. Aus, ich hatte nur angegeben, was für eine Lieblingsfarbe ich habe, Paddles mit wunderbarem Sound. Ganz, ganz tolles Ding, hinten Grip für Gummi, fühlt sich auch sehr natürlich an. Ich bin wirklich begeistert und das Ganze ist komplett Handmade. Jeder einzelne Controller bei den Jungs von UMGN werden auf euren Wunsch gemacht. Das heißt, ihr könnt dort keinen bestellen, der schon sechs Wochen im Regal liegt, sondern ihr geht auf die Homepage. Auf der Homepage geht ihr in den PS4- oder PS5-Konfigurator und sucht euch selbstständig aus, welche Funktionen euer Controller haben soll. Ihr habt alles mögliche an Auswahl. Ihr könnt das Touchpad ändern, ihr könnt die Lackierung ändern. Es gibt verschiedenste Lackierungsvarianten. Egal, was für ein Design ihr wollt, ihr habt hier freie Hand. Und jeder einzelne Controller, der am Ende gemacht wird, ist ein Handmade-Controller, der nur für euch gemacht wurde. Das Coole ist, es gibt bei den Jungs von UMGN und der Geschäftsführers Marcel. Marcel und ich hatten ein langes Telefonat, weil ich bin bei Partnern sehr, sehr wählerisch. Gerade, wenn es darum geht, dass ich euch etwas empfehle, wo ich mit 100% Herz und Seele hinterstehe. Ihr könnt Suitcases nehmen, ihr könnt transparente Aufsätze nehmen, verschiedenste neue Ladekabel mit Marke drauf. Ihr könnt die LED-Lampen nehmen. Ich persönlich spiele zum Beispiel, weil viele immer fragen, mit den S-Sticks. Ich persönlich komme mit den kürzesten am besten klar. Und der größte Ausschlag, den die Entscheidung von mir gemacht hat, wenn ich euch das präsentieren möchte, jetzt und so lange wie möglich, ist, dass es einen Support hier gibt für euch. Ich habe Marcel und sein Team. Das ist ein Team, was seit 2016 Controller für Gamer für uns herstellt. Ich habe einen direkten Support. Das heißt, wenn ich ein Problem habe, kriege ich schnell eine Antwort. Das ist nicht irgendwie ein Formular ausfüllen, einer von 100. Und, und das ist das Coole für euch, ihr könnt ja über uns einmal rausgehen, das Ganze ist in Deutschland gemacht. Es kommt hier aus Deutschland. Es wird hier in Deutschland produziert. Es ist nicht ausgelagert nach Österreich, Schweiz, Italien oder sonst was. Und wenn ihr irgendwas habt, irgendwas euch stört, irgendwas für euch nicht so ist, wie ihr wollt, könnt ihr, und das ist das Coolste, einfach direkt den WhatsApp-Support. Ihr kriegt sehr schnell eine Antwort, euch wird geholfen. Mein Kontakt von Anfang an mit Marcel und den Jungs war überragend. Und deswegen ist das eine Partnerschaft, wo ich mich von Herzen darüber freue, dass ich euch die wirklich nahe legen kann. Ihr bekommt 10% Rabatt auf eure Bestellung. Unten ist der Code direkt. Ihr könnt, und das ist meine Empfehlung, wenn ihr sowieso, so wie ich jetzt, einen neuen Controller brauchtet, weil meine beiden alten waren jetzt durch. Das kommt von viel PS5-Zocken mit Dauer einfach. Dann guckt euch das an, probiert ein bisschen aus. Wollt ihr Smart Trigger haben? Wollt ihr Swap Sticks haben? No Drift Stick haben für die Garantie? Wollt ihr die Vibration Pads raus haben, denn sind die Controller leichter? Wollt ihr sie drin haben, denn sind sie schwerer? All diese Sachen könnt ihr manuell auswählen. Ihr seht jedes Mal durchgängig, was für ein Preis das ist. Und dafür, dass es handmade ist und die Preise mit großen Konkurrenten sich nicht verstecken müssen, bin ich heilfroh und freue mich drauf auf euer Feedback. Und ich hoffe, dass alle von euch, die Interesse haben, genauso viel Spaß mit den Produkten von Marcel und den Jungs haben wie ich. Dann werde ich mir die nächsten Tage auch noch etwas einfallen lassen, um euch vielleicht oder Marcel einem aus dem Eiermittel zu schaufeln, um vielleicht im Livestream auf Twitch mal einen zu verschenken. Ich weiß nicht, ihr würd nicht begeistert sein, ich versuch's einfach mal. GameStar auf jeden Fall die Quelle, Leute. Jetzt auch das Hauptvideo. Heute wird's einfach etwas länger gehen, aber das war etwas, was mir wirklich am Herzen lag, was ich euch endlich offiziell präsentieren durfte. Also, Bobby Kotick, ausgeschieden aus dem Unternehmen am 29.12. Und jetzt kommt es. Entwickler erheben nun schwere Vorwürfe nach Austritt des CEOs. Gegen ehemaligen CEO von Activision Blizzard werden schwere Vorwürfe erhoben. Eine ehemalige COD-Entwicklerin spricht von einer Morddrohung. Das ist Bobby Kotick, 1 zu 1. Selbst jetzt, wo ich immer sage, Quellen erst prüfen, das ist 1 zu 1 Bobby Kotick. Aus all diesen E-Mails, Briefen, Berichten, die wir in den letzten Monaten und Jahren seit diesem Skandal dort von ihm gesehen haben. Und mein Hass gegenüber dieser Person ist grenzenlos. Und hier spricht Christina Pollock. Christina Pollock war zwei Jahre Entwicklerin bei Damonware. Damonware ist eins der Entwicklerstudios von COD und verantwortlich für den Algorithmus hinter dem Matchmaking. Also SBMM. Das heißt, jetzt nicht irgendein Unternehmen, was dort mitarbeitet, sondern für das gesamte Matchmaking, was der Kern von COD seit Jahren ist, sind die Jungs und Mädels dort verantwortlich. Und sie sagt, in ihrem allerersten Monat dort ist rausgekommen, dass ein Angestellter von Damonware, also ein Kollege oder Kollegin von ihr, eine Morddrohung von Bobby Kotick erhalten hat. Sie hat diesbezüglich dann nicht weiter im Detail irgendwie vertieft reden wollen. In einem anschließenden Teammeeting hat niemand dieses Thema ansprechen wollen. Deshalb sei sie hervorgetreten und hat öffentlich dort in diesem Meeting gesagt, sie fordert bei solchem Verhalten, dass Kotick als CEO von Activision rausgeschmissen wird. Dazu sagt sie Folgendes. Und das ist für Activision und für alle anderen Unternehmen, egal ob Gaming oder sonst was, da draußen wichtig. Ihr müsst alle auf diesen Zug ausspringen. Wir müssen uns alle gegen solche Leute auflehnen. Wir haben vielleicht keine Gewerkschaften, aber wir haben Macht, wenn wir zusammenarbeiten. Stellt die lautstarke, lästige Fragen in der All-Hands-Runde. Das sind immer diese internen Meetings, die hat man auch bei uns im Maklerbüro und sonst wo. Macht es kurz, direkt auf den Punkt und lasst keinen Raum für Ausflüchte in der Antwort. Macht es scharf, direkt und tut es mit Klarheit und Wut, sodass sie eure Ansprache nicht angreifen können. Sie werden nicht antworten, aber jeder wird es sehen. Und dazu sagt sie denn, als wir den Steam-Launch von Overwatch 2 planen, das ist ja auch ein lewig langes Thema dahin, warnte mein Team Monate voraus davor, dass wir Review-Bombing zu erwarten hätten. Wir baten um mehr Informationen, mehr Details und mehr Ressourcen, um uns beim erwarteten Ansturm zu helfen, was alles rundweg von Bobby Kotick abgelehnt wurde. Das alleine zeichnet das Bild, was wir als COD-Community seit Jahren haben. Bobby Kotick als Verantwortlicher ist dafür zuständig, hauptverantwortlich für genug Q&A-Tester. Was haben sie gemacht? Sie haben drei Viertel der Qualitätstester für Bugs und sowas rausgeschmissen, weil es ihnen zu teuer war, obwohl die nicht viel Geld verdient haben. Sie haben Entwicklerstudios wie Sledgehammer und Treyarch, die für uns im Kopf immer so große Studios sind, aber das sind 50, 60, 70 Mitarbeiter in verschiedensten Abteilungen, Multiplayer, Grafik, Design, Sound, Animationen, Zombies, DMZ, haben die wochenlang, tagelang, stundenlang, minutenlang, sekundenlang durchgängig arbeiten lassen an neuen Titeln, damit irgendwelche von Activision rausgegebenen Zeitpunkte in irgendeiner Art und Weise von denen eingehalten werden können. Dazu sagt Andy Belfort, der ist Community Manager bei Activision, immer noch, Bobby Kotick ist jetzt ja weg, nur als Beispiel. Die Moderation von Steam wurde im Community Team übertragen. Keine Aufgabe des Community Managements bei Blizzard, obwohl ich mich weigerte, die Mitglieder meines Teams diesen Niveau an toxischen Inhalten und Posts auszusetzen. Und das, auch ganz wichtig von mir, klar, auch in so einer Franchise, wo wir alle frustriert sein können, rutscht uns durchaus mal ein Gedanke raus. Auch mir, was sich nicht gehört, egal wie alt ihr seid, aber Morddrohungen. Und ich habe gelesen, auch von deutschen Leuten auf Twitter, dass die verschiedensten Entwickler und auch im VT1 einen Twitter-Account Vergewaltigungsdrohungen schreiben und so. Das ist krank, das gehört sich nicht. Kritik ja, Angriffe, Beleidigungen, Drohungen, absolut nein. Und die sind gezwungen worden, sich als nicht-professionelle, es gibt Leute, die lernen damit umzugehen, sich damit komplett auseinanderzusetzen. Auf seine Frage, wessen Entscheidung es war, ohne Hilfe auf Steam zu starten, lautete die Antwort Bobby Kotick. Und dann abschließend lässt Andy Belfort kein billig gutes Haar am Führungsziel von Bobby Kotick. Er sagt, laut ihm sei es immer nur um Zahlen gegangen, die man Investoren präsentieren konnte. Das ist 1 zu 1, was wir seit Jahren sehen. Die Investor-Calls sind wichtig gewesen, alles andere nicht. Dies ist nur ein Beispiel für die Kultur, die Kotick bei Activision Blizzard gezüchtet hat. Dies ist nur ein Beispiel für die Kultur, die Kotick bei Activision Blizzard gezüchtet hat. Die Scheiße floss Strom abwärts und landete in der Regel bei den am schlechtesten bezahlten und am meisten überlasteten Mitarbeitern. Das Management war zu sehr damit beschäftigt, auf Entscheidungen zu reagieren, die keinen Sinn ergaben. Es ging nur um die Quartalzahlen. Und nach seinem Werdegang von Activision hat sich weder zu diesen Vorwürfen noch zu seinen Zukunftsspringen geäußert. Nach einer langen Übergangsphase gehört Activision eben jetzt Microsoft. Das haben wir alles mitbekommen. So ein Artikel alleine mit Mitarbeitern, die bei Activision gearbeitet haben und immer noch dort arbeiten, würde in der Regel schon ausreichen, dass man zumindest als Gamer, der für sich auch eine Verantwortung hat, sowas einfach mal zumindest zu hören, zu sagen, könnte durchaus sein. Ohne jetzt einen handfesten Beweis gerade in der Hand zu haben. Das zusammen mit den Berichten, mit dem Selbstmord der Mitarbeiterin, mit den Quartalzahlen und den ganzen Berichten von Leuten wie Charlie Intel, die sehr nah an dieser Franchise seit Jahren dran sind, bestätigt dieses eine Bild, was ich von diesem Menschen habe und was jeder für sich selber ausarbeiten muss, aber wahrscheinlich jeder haben sollte. Bobby Kotick ist ein von Geld gesuchteter, geistig degeneriertes Arsch, Loch, Schwein und ich wünsche keinem Menschen auf der Welt etwas Schlechtes, aber bei diesem Menschen ist es schwer für mich, mich zurückzuhalten. Er ist weg. Ich weiß nicht, ob Microsoft jetzt den neuen CEO einstellt. Ich gehe davon aus, wenn da jemand Neues kommt und der vielleicht über Pläne auch spricht, wie Microsoft jetzt mit der Franchise COD und auch dem Matchmaking, es gibt ja Microsoft Matchmaking, weitermachen will, werde ich euch darüber berichten. Das als erstes, naja, ich hoffe, Banger-Video dieses Jahr. Leute, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, würde mich sehr darüber freuen. Gucken, dass wir vielleicht so 20.000 knacken dieses Jahr oder 21.000. Ich bin da open für alles und freut mich, dass ihr mir nach vier Jahren immer noch die Treue haltet und wenn ihr einen neuen Controller möchtet, das ist die beste Empfehlung, die ich für sowas abgeben kann. Unten in der Videobeschreibung findet ihr alles, was ihr braucht. Nehmt den Rabattquid, 10% für euch, das lohnt sich. Und sonst, hoffentlich, haben wir alle ein besseres Jahr als letztes Jahr. Haut rein.